Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaya. Das versuchen wir. Kiewskaya. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch interessant sein, dass sie ein Tunnel ausgesichtigt worden sein. Eine Art Nemo. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Vladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Halt sie auf! Mößen Sie Platz! Halt sie auf! Liebe Leute, willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich bin ja auf den Trepp. Artyom! 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 Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu Sie. Nimm das Licht weg, du bleibst hier! Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Oh, es geht schon, es geht, es geht, es geht. Artyom! Was war das? Wir haben Körmeln an! Hier ist der Rufstück! Ich hab keine Ahnung. Das sind irgendwelche Wesen. Anhalten! Nicht feindlich, aber anders. Ich kriege das Große. Boris, schau mal nach Keptor! Die Steuereinheit ist zerschmettert! Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Okay. Was ist denn das? Scheiße! Ich wusste doch, dass alles zu klein läuft. Anmärter! Weiter! Anmärter! Okay! 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 Warten wir! Such das erste Diagramm! Oma! Schauen Sie her! Erst verbinden wir die Drähte, dann auf ein Zeichen legen wir die Schalter rum! Was geht los? Da draußen ist was? Ja ja! Nur was? Etwas nährt sich! Was? Ignorieren! Ignorieren! Gut, okay! Echt ! weiter gehts! wäre der Asperger? phosphorus oder ausropven? Wenn die dritte tamanho? Ja! So läuft das! Wie viel Druck habe ich jetzt? Oh! Ich bin selber. Dann ist schlecht. auch hier haben wir die Zubekriege 1 1 ok 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 weg 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 voll Fleisch für alle Jesus warte 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 wie 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 pump ich wie pump ich ah scheiße ok die Waffe ist Mist das ist Mist ich will die andere haben ahhh ok Schauen Sie her erst verbinden wir die Drähte dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter rum da draußen ist was etwas nähert sich ignorieren gut das geht's also wenn das Ding leer ist schalte ich um Feuer ok 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 wir benutzen das mal noch wenn wir ein bisschen weg sind dann schalten wir uns wo geht das ordentlich kann mich ja bewegen hier so weg mit euch gut 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 ja 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 er kommt näher er kommt näher oh 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 ok verdammt Beheilung sonst sind wir dort endlich das Tor ist auf schließ dich alles gut ganz lächig laufen die her ok 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 0 35 ok ok was ist das scheiße ist das hier dunkel na dann mal los macht mal los das chaos des tunnels war hinter der luftschleuse eingeschlossen sie schienen unverwundbar zu sein und meine kameraden ebenfalls ok ok machen wir das hier schnell ullmann sie übernehmen das sturmteam Boris und steppan entdeckt den komiker Artyom und vladimir ihr bleibt nah bei mir ok ok legen wir los na bei dir na bei dir ist ne gute idee das ist natürlich auch nicht schlecht nicht bösen machen auch keine pause wie sie wissen wobei ich an sich ja nicht raus aber hm kann ich nix machen ist voll ok echt ist voll ja gut naja ich nehme mal das hier so warte mal öhm öhm pfff sprach ich das auch nicht pfff 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 ja mein feldherr ja mein feldherr ja genau warum denn ich vier mann stehen hier ja und du könntest das auch machen ok das sieht aber lustig aus ja ja das sieht aber lustig aus hier wollte ich nämlich mal schauen wir könnt ihr derweil immer noch ein bisschen vor der tür warten ich schau mal hier dabei ein bisschen rum vielleicht gibt es ja irgendwelches cooles zeug was ihr nicht gefunden hättet aber ich beziehungsweise nein na gut ok ja 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 bitte hebel schaffe ich kriege ich kaputt ok ach ich muss strom ich muss strom alles da war ja klar war ja klar das ist wahrscheinlich im prinzip war schon richtig ja ich muss hier irgendwas machen irgendwas aktivieren ja ja warte hier ach ne das ist bloß das ist bloß mobile der habe ich übersehen alter krass ok ich brauche wir brauchen strom hier ist das ein generator hier wir haben es das reicht ne ich bin voll der elektrotechniker ich bin voll der elektrotechniker warte was ne da war nix ok nochmal ja gut gemacht jo du hast ja einen ordentlich verdient mindestens uhrmann überprüfen sie den teich ich gehe nicht ist zum dunkel und unheimlichkeit gut dann gehen wir ich gehe nicht pass auf was du sagst Soldat hat damit nicht zu tun oder mal anderes ich bin reingetreten in echte Scheiße echt das ist ein großes Zeichen das ist kein Zeichen sondern ein Omen okay wenn hier Scheiße liegt muss es auch etwas geben das hinterlassen wird na gut das 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 ist nicht cool ok geht das noch für uns na gut ok dann nicht jo das stimmt ja super warte mal da drüben ist was zu tun ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen es stink so sehr dass wir meinen Geruchssinn verloren haben ja was denn jetzt sie würden diese albernen Witze sein lassen ah uhr 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 weg mit dir ach die die fallen hier irgendwo runter alles klar voll gespritzt ich erklär das bei den anderen ich mach das hier in der Ecke oh auf auf ach ein glas Mundschein für jeden das alles wie wäre es damit ob es das war gut zur Hölle mit dir noch ein komiker rau zu laden ha ich finde das cool ok ok hier ist die Ecke so Ecke ist gut Ecke ist gut Ecke ist gut ja ich soll löst dich uhr wer haben wir denn jetzt ja so ich kann ja von den kann ich ja nichts loben hier wahrscheinlich das ist aber schade wuss auch das oh sauber oberst noch ein Angriff wuss ok ich auch für das mutterland für das sterben an altersfläche ja ja halt die klappe ja halt die klappe wir werden es schaffen jawoll mit mir an eurer breite links links ist dort oder da und rechts ich geh wieder an die wand warte 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 oh jetzt ja oh du auch oh hier hat die Ecke super 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 Alter wir räumen ja auf wir metzeln alles rum los ok wartet mal los das hier ok was großes ach ich muss wieder den Hebel bedienen vorhin nicht dann ja dann nein so und so könnt ihr euch mal einigen wartet mal so weg mit euch wie deutet das eigentlich hier hat das irgendeinen tieferen Sinn dass das hier war B28 ja ja ok 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 da oben da oben Boris, mein Freund, warum? Was ist denn, kann man verloren? Mist. Scheiße. Es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwere dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Ach. Boris. Boris. Okay. Vor uns liegen eine Präsentation und ein Abwasser-Teich. Wir müssen die Tür öffnen. Okay. Immer nur Türen öffnen hier. Wartet mal, wartet mal, Jungs, wartet doch mal. Das ist der Wichtiger hier. Looten ist wichtig. Ihr wisst doch gar nicht Bescheid. Das ist cool. Noch ein bisschen mehr. Ja. Noch ein bisschen mehr. Gut. Okay. Das geht's. Soll ich helfen? Hallo? Da, da, da. Ja, wie offen. Oh, das hat sie gar nicht gemacht. Das wird mit einer Hand gewittelt. Gasmasken auf. Gasmasken auf. Okay. Na dann. Ich geh mal durch, ja? Ullmann, du bist einfach der Chef. Du bist der Chef hier eigentlich. Der geheime Chef. Bald. Geh mal weg. Alles frei. Gehen wir. Ah, Munition für den... Na, ihr wisst schon. Klammer, aber ich hab bloß jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wofür ich den jetzt so brauche. Ich hab lieber die Anden Waffen. Warte mal, ich geh... Vorsicht, Männer! Check mal kurz. Vorsicht! Äh, was hab ich jetzt gemacht? Ach so, nachgeladen. Alles klar. Und, aber wie mach ich denn hier den... Den... Das hier. Ja, das ist Strom. Ja. Okay. Na gut. Also, ich mag dann lieber... Das Meer. Für den Nahkampf. Wenn ich mit dem Armer bin. Äh, weitergehen. Äh, unten ist ein Deutscher. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war denn das? Hm, wir müssen leise sein. Alle quatschen durcheinander hier. Okay, weitergehen. 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 Oh, ja, du auch. Du auch. Warum, warum, warum? Gehen alle zu mir, hä? Warum alle zu mir? Warum alle zu mir? Alle zu mir. So. Irgendwas pfeift hier. Was ist das? Was ist das? Was pfeift hier? Ach! Alter, das spielende Zwecke. Weg, weg, weg. Zerb rein. Ich seh nix. Haben wir's geschafft. 18. 16. Wurde noch. Nein. Okay, 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 okay. Okay, ich renne mal. Ich renne mal zu euch, Jungs. Ich renne mal zu euch. Dann könnt ihr mal bitte, bitte, bitte helfen. So ein bisschen helfen. Schnell, rauf hier! Lohne! Bewegung, Bewegung! Nicht schwein, Alter! Nein, 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 nein. Alter, meine Bummel, denn alte Wald. Ach, Schürzluss noch. Guter. Wieso ist das jetzt? Wieso ist... Wieso? Warte mal. Okay, ich verstehe nicht, wie ich das laden kann. Sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? Uff! Scheiße! Abgeschlossen! Da war doch klar. Was ist denn damit? Sieht wie eine verdammte Bumbeln sichere Tür aus? Na dann mal los. Hab ich. Sind wir da? Äh, macht ihr auf. Ach, ja. Schau dir mal diesen Raum an. Äh, was? Schön festhalten. Schön festhalten. Die geht bestimmt zu. Die geht bestimmt zu hinter mir. Ich hab's. Ja, genau. Genau. Ich wusste es. Ja! Oh Gott, wie? In der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Ja, toll. Ja, toll. Uh, was ist da? Uh, was ist denn das? Das ist neu. Das ist neu. Das ist scheiße. Neu ist immer Mist. Das. Okay. Tür geht nicht auf. Gut. Das heißt, hier sind Löcher. Hier kommen bestimmt irgendwelche Zeug raus. Na mal. Komm ich hier lang? Ich muss ja, glaube ich, irgendwann mal hier das machen. Gefackelt hier. Weg mit euch. Brennt das? Ne, brennt nicht. Okay. Also, ich mach mal hier. Weiter. Ähm. Mumpel. Mumpel. Mumpel, sie könnte. Alter. Alter, die hallen ja aus. Fett. Ah. Alter, 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 alter. Mach ich, mach ich. Okay, okay. 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 die ist besser vier schutz plus noch ich brauche munition das war's das geht nicht und das ist letztes shop ok kann ich wenig kluten irgendwie was ist denn das hier alles für kram wo muss ich dann lang das geht ich soll nach dem ausgang suchen da ist ein tier ist hier hinten irgendwas jetzt alle getötet oder was hier lang hier runter auch noch munition richtig ich wo 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 Oh je Alter Das war's Das war's Ich hab nix mehr Ich hab nix mehr Ist das so Ist das so gedacht Fuck Ich will weg Nimm doch mal Wie geht denn das Wie geht denn das Alter wie geht denn das Ja Wie kann ich denn das Du sollst Laden Wie geht denn der scheiß Druck Vielleicht geht das gar nicht Ja das ist Strom Ich muss das irgendwo anschließen Ich weiß auch nicht wo Okay Hab ich irgendeine andere Waffe noch Ich bin Pleite Ich bin Plank Okay das letzte Ich bin das kann ich eigentlich wegstecken ist es behindert mich nur wo muss ich denn hin irgendwo hin okay ich brauche munition ohne munition ist es eigentlich sinnlos dann kann ich eigentlich das ding war leer okay ja gut weiter geht's ja eigentlich zu machen na danke okay ich mach mal hier und gibt es ja was gibt nichts ich dachte hier gibt es irgendwie kram irgendwas irgendwas okay dann dort lang da lang und abtrennt hallo was denn das sieht nicht gesund aus 11 schuss 11 schuss gibt es noch was nee was denn das 11 schuss ok ich habe mal sprengung ok warte mal jetzt haben wir elf schuss gut die muss ich mir aber aufheben wobei die brauche ich mir nicht aufheben weil die sind so schnell weg die sind so schnell weg hier lang wahrscheinlich liebe leute ich muss dann erstmal schluss machen gibt es noch was ne ist hoch geschafft hab ich es geschafft ne ich hab es wahrscheinlich noch nie geschafft alter gott ich mach jetzt erstmal schluss ich mach erstmal schluss keine munition mehr ein feuerzeug noch komische sachen neue viecher hier mal sehen also wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin ciao